Ich war noch nie ein großer Held und hatte meistens auch kein Geld. Das nahm ich aber gar nicht schwer. Ich sah mich schon als Millionär und in Gedanken träumte ich, die schönsten Mädchen küssten mich. Denn ich wär der Herr mit der schwarzen Melone. So träumte ich und dachte mir, ich wäre ein berühmtes Tier. Doch mir fehlte weder gut noch Geld ich zur großen Welt und wäre schrecklich elegant und interessant und stadtbekannt. Denn ich wär der Herr mit der schwarzen Melone. Ja, so ein schwarzer Hut steht mir doch sicher gut. Er wirkt so kapriziös. Sie haben eigentlich ganz recht. Sie tun, was Ihnen gefällt. Ja, erst seit kurzer Zeit. Immerhin. Möchte ich auch mal. Auf alle Fälle, es muss sein der Kuh von einer internationale Bande. Von einer Bande? Natürlich, es muss sein eine Bande. Einer allein kann das machen nie. Die Polizei in Genf hat es nicht hier, aber hier, El Ponce. Wer ist dieser Mann? Monsieur Widerke. Amerikanski? Nicht, Schweizerski. Le Crème Parfait n'existe pas. Auf Deutsch, Verbrechen lohnen sich nicht. Dann möcht' ich mal um die Rechnung bitten. Noch mysteriös, jedoch der Mensch, das sah ich ein, lebt nicht von Fantasie allein. Das störte meinen Lebenslauf. Auf ich hörte zu träumen. Auf und seither träume ich.